Hallo, mein Name ist Jakob Laut und ich unterrichte Physikalische Chemie am Campus Lüdeck. Hier veranstalte ich auch regelmäßig Workshops für interessierte Schülerinnen und Schüler und diese sind jedes Mal ein Highlight für mich, ein FH-Moment. Tatsächlich wurde vor vielen Jahren auch bei mir selbst das Interesse für Chemie geweckt durch eine ähnliche Veranstaltung. Als ich zehn Jahre alt war, nahm ich meine Tante mit zu einer Art Science Fair. Dort änderten den coolen Ernmeyerkolben Flüssigkeiten, ihre Farbe, es zischte und brodelte. Ich war total begeistert. Zuhause in der Küche wollte ich die Experimente gleich nachmachen, leider mit eher bescheidenem Erfolg. Trotzdem war dies der Start meines naturwissenschaftlichen Werdegangs. Auf diesen Erfahrungen heraus versuche ich heute durch interessante und lehrreiche Workshops junge Menschen für Chemie zu begeistern. Wenn mir dies gelingt, ist es ein besonderer Moment. Bis zum nächsten Mal.